Da war die Lüge. Da war in jeder Gruppe vorliegen, wurde angekostet und dann wird sie ausgebildet. Das hat die so leckeres Lüge. Das ist deswegen so, das wollte ich jetzt nicht sagen. Wir werden das jetzt gefolgt machen. Wir werden jetzt in die Flüge sitzen. Das ist nicht so schön, dass wir abgeschaut sind von denen. Aber klar, wir kriegen ja nichts für nur über. Wenn die Lüge kommt, kommen die um 9.30 Uhr. Aber wir müssen da noch runter und wir müssen alles verpacken. Wir müssen dann eine Stunde warten und ein Stück machen. Und dann haben wir ja auch noch eine 30.30 Uhr. Wie sind die Ressi? Ja, wir müssen dann noch auf der Karte befestigt. Ja, dann habe ich die. Ja, jetzt wäre wir noch eine der nicht beurteilen. Das sind ja die 50.00 Uhr. Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020